Keine Ahnung. Geht sowieso nicht. Jetzt war die ganze Zeit auf Aufnahme oder was? Ich habe es nicht mehr mitgekriegt, dass es auf Aufnahme war. Ich habe einen neuen Selfie-Stick und den teste ich gerade. Aber der ist irgendwie nichts. Der ist irgendwie nichts. Deswegen packen wir den wieder ein und schicken den wieder zurück. Ja, weil ich müsste den so halten. Das ist ja gar nichts. Am ausgestreckten Arm, wisst ihr? Das ist für den Arsch. Für den Arsch ist das. Das ist für den Arsch, obwohl es geht eigentlich. Ich wollte ihn schon wieder zurückschicken, aber wenn man jetzt so macht, geht es eigentlich. Ich kann ja mal auf meinem Dach filmen zum Beispiel. Boah, ist da draußen hell, ey. Boah. Draußen ist zu hell, definitiv. denn da draußen ist zu hell. Bis zum nächsten Mal.